Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von katholischen Haltern am See. Wie in jedem Jahr sind auch jetzt in den letzten Tagen die neuen Kataloge für die Kommunion-Andenken der Kommunion-Kinder dieses Jahres gekommen. Ein ganzer Packen. Und wie in jedem Jahr wundere ich mich, was wir als Gemeinde unseren Kommunion-Kindern so schenken sollen. Kommunion-Kreuze, auf denen die Bienen durcheinander fliegen und von Gemeinschaft erzählen. Oder eine Schatzkiste, die uns verleiten soll, den Schatz zu suchen. Der Leuchtturm, der da abgebildet ist. Oder das Puzzlespiel. Schmetterlinge oder was immer wir wollen. Aber es ist kaum ein Kommunion-Kreuz dabei, auf dem der abgebildet ist, den wir in Brot und Wein verehren, der uns ganz nahe sein will. Ich bin da irgendwie ganz froh, dass wir ein anderes Kommunion-Kreuz ausgewählt haben. Und dass wir sagen dürfen mit Paulus aus dem ersten Korintherbrief, ich verkündige Christus als den Gekreuzigten, unseren Herrn. Er möge uns begleiten in dieser Woche und unsere Kommunion-Kinder ein Leben lang. In diesem Sinne eine gesegnete Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.нем release-kreteur.com